Thema dieses Films ist die Unterscheidung der Begriffe Gewährleistung, Garantie und Umtauschrecht. Die Gewährleistung, im Juristendeutsch auch Mängelhaftung genannt, ist im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt und besagt, dass ein Verkäufer gegenüber dem Kunden für fehlerhafte Ware haftet. Für Verbraucher bedeutet das, dass sie fehlerhafte Ware grundsätzlich bis zu 24 Monate nach dem Kauf reklamieren können, sofern der Fehler bereits bei Übergabe der Ware vorhanden war. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Schulunterricht, mit der anderen Schulunterricht. Das gibt es in Teil des Führers, mit dem Führers, mit der anderen Schulunterricht.